Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich Among Us und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Pappelkunder. Ich habe das Spiel vor einem Tag, oh no, nice, die Schnelligkeit, immer gekauft. Nee, nee, das ist ja kostenlos. Okay, ich bin dumm. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es eigentlich ganz gut. Übrigens, wenn ihr den Typen hier seht, das fand ich. Auf der Schnelligkeit ist ja immer okay. Ich mag das nicht, wenn alle eng geschrieben. Oh, ich starte gleich mit fünf Leuten. Hohe Gewinnschance. Ich bin irgendwie richtig oft Impostor. Okay, ich bin kein Impostor. Schade, schade, Marmeladen gucken. Boah, da ist man schnell. Niemand wird mich jemals kriegen. Ja, ernsthaft jetzt. Oh mein Gott, ich verdammt. Echt jetzt, Mann. Der hat mich jetzt nicht ernsthaft direkt gekillt, oder? Nein, ich kann kein Geld auswählen. Okay, dann nehme ich den. So. Oder warte. Ich muss so. Dann muss ich hier. Und grün kann man auch nicht nehmen, wenn ich den. Das ist nice. Startet gleich mit auch zehn Leuten. Der ja, nee, Schnelligkeit? Nee. Ist aber gut. Und es geht los. Sind wir im Pastor? Ja. Ja. Yes. Okay, bei drei Leuten ist die Chance, ein Pastor zu werden. Und bei zehn Leuten, naja. Erstmal mache ich das, was ich immer mache. So geht das nicht. Ist schon mal gut. Hier ist doch falsch. Hier war doch gerade einer. Der ist hier lang. Das habe ich hier. Beste Taktik geht immer an so einen Wind. Und der finden die Rüchte nie. Was machen die hier? So. So. Ich soll es mitschreiben? Ja, komm. Die sind eh alle Engländer. Yellow. Okay, ich bin... Grau. Ich glaube, Yellow ist tot. Gelb. Sie wurde... Oh, scheiße, das war ja mal Team. Ja, ähm... Nein, hab... Nee, warum haben die das gemacht? Hätte doch jeder sein können. Okay, mein Team... Anderer Team hat jetzt anscheinend Zug. Da... Ja, komm. Staub mal ab. Okay, wenn ich den jetzt gekillt hätte... Oh, mein Gott. Wenn man schlaft, ich schnau... Äh... Ja... Vernichtet. Und... Okay, eine Lüfte dannbruch. Ich mach mal für... Himmuth. Himmuth. Himmuth ist... Nicht, aber... Troxen... Rausfliegen. Okay, ein paar haben es gekippt. Keine, ne? Ja, an sich. Ich kriege auf dieses Video... Lass uns auf dieses Video... 10 Aufrufe bringen. Oder 5. Das würde mich schon mega freuen. Also, bitte... Könnte ich mir den Traum erfüllen. Seid ihr richtig Ehre, Männer. Hallo? Das soll weggehen. Die Gere, geh weg. Das wird dir nicht gefallen, was du hier siehst. Ich hätte dir den gekillt, wir haben nicht weggerannt. Nice. Nein, das geht. Komm doch nicht weg, ich will dich killen. Yes! Yes! X-Trui! Machen wir gleich nochmal. Ja, schluss, wer. Daufe Werbung. Hm, nee, das habe ich mal eigentlich. Private Runde. Könnten wir gerne mal sagen in den Kommentaren, wie ihr heißt, dann bin ich dabei. Machen wir mal. Ja, wir werden dann mal auf 2. Das ist vielleicht ein bisschen geiler. Ja, wenn ich töte, ich habe, ich heiße übrigens nicht töte, wenn man es sieht, den töte ich nicht. Ja, wenn ich töte, dann habe ich mir aufgepasst. Wir sind das alle Engländer. Sage, sage es mir und ich werde euch verschonen. War Panther ist auch nice unterwegs, ne? Kann man losgehen? Ja. Ich werde ein Passender sein. Wo Crewmate wäre auch nicht schlecht. Eigentlich ist mir egal. Okay, Crewmate. Ich will mal gegen den Imposter gewinnen. Habe ich ja nicht noch mehr, wenn ich... Am MedBay ist das... Scan completed. Ich will mal ein bisschen leiser. Oh, Engländer hat das Licht ausgemacht. Ich gehe mal in der Laptop rum. Bitte, das soll jetzt nicht ein Imposter sein. Okay. Wir sagen, ich bin eine Diskussion, ist es dann, dass das Licht danach wieder an ist oder so? Da hört es geläftet mal direkt. Was passiert? Okay. Irgendjemand hat ja anscheinend gekillt. Ich glaube, die meisten skippen gerade. Skipp? Ich mache immer Skipp mit ein Fragezeichen. Weil wenn ihr... Wirklich? Hä? Wenn ihr macht Skipp, denkt alle, ihr seid mördert, damit ihr nicht rausgeholtet seid. Also ich mache immer Skipp mit ein Fragezeichen. Ich glaube, alle skippen. Ich glaube, alle skippen. Komm nur noch die Sättungen. Hier. Der Typ. Guck mal. Das war. Mach. Ach. Toll. Das ist einfach Afrika. Ich dachte, wir machen einen Screenshot. Nice. Yes. Hi. Achso, ja. Nice. Einfach kicken, oder? Ein paar Mal gewollt, ne? Ja. Ich dachte, war doch... Ich bin ja in Posten. Da bin ich gar nicht... Wuppens. Ich mach troxen das. Ist mir egal. Weil ich angewärtig erstocken. Ich mach hier schön die Aufgaben. Ich mach hier schön die Aufgaben. Kennt ihr das? Wenn ihr spielt und ihr wollt auf 10 Minuten kommen, ne? Und dann... Äh... Passiert... Dann kommt ihr nicht auf 10 Minuten, weil die Runden halt ein bisschen länger dauert, weißt du? Und dann, wisst ihr nicht, was ich mache? Also wenn ich auch versichern den Keller reindruche, ist es, weil ich... nicht... Komm, wir machen noch ein bisschen. Und dann... Ich bin... Not... Oh, okay. Dann können wir nur... Babern. Können Sie ein Babern? Ich... Worte für... Nice. Ich glaub... Hätt ich das nicht gemacht, wenn ich rausgeflogen... Und? Oh. Das ist das Blue. Lass mich den Knopf dritten. Lass mich den Knopf dritten. Lass mich den Knopf dritten. Jetzt mach das. Oh, ich mach das. Orange. entweder von sich an mich oder orange auch danke weißer ihr mann der ich glaube auch das einzige der nice ist ich habe ich habe es gibt es noch scheiße bis durch ich mache ich mich ok das was in der stelle ich hoffe es hat euch gefallen abonnieren nicht vergessen und ja